habe ich genügend platten dabei ja das sollte auf jeden fall reichen wir müssen daran denken dass wir uns in der base kurz einen mobilen meiner bauen müssen denn du hast einen dabei können wir keinen mk bauen das ist ein mobilen meiner bauen warum ist man daran denken so ich habe schon haben wir noch irgendwo noch mal eisend in der nähe warum kennen wir eigentlich nicht weil wir Menschen sind die richtung die du gehst der ist weiter entfernt dass der andere hier ich weiß nicht welcher andere du meinst nehmen wir den hier drüben ja ja wir gehen immer in die richtung vorsichtig runter das da unten ist kupfer jetzt die frage wird so ein eisen oder mit zwei eisen die zwei bahn kohle die im moment unten ankommen gehen auch von einer kohle mine würde ich jetzt erstmal auch nur eine nehmen ich würde erstmal eine nehmen und dann schauen den bohrer da haben wir den so meine richtung ausrichten ich kümmere mich um strom schonmal genau ach ich hab das wieder vergessen ich kann schon den ganzen scheiß schon wieder hier einrichten da ist das ätzend so die fünf so zuwürdigerweise beton für mich kurz aber klar mehr als genug ich brauche nur elf stück das ist ein bisschen blöd wenn man sich in das Förderband einbaut ja gut und wenn wir schon mal hier sind vorsicht nicht bevor du hier festpackst kannst du mal auf mich drauf springen dann kannst du dir die schnecke holen aber bitte nicht auf den baum springen so einmal zwei platten hier hinten platten weil ich muss auf die andere Seite kommen um strom von unten von der mine zu holen danke reicht dir das ich will nur grad rüber gehen das wird ein bisschen ich wollte nur grad rüber gehen wenn nicht ok weißt da unten ist die kolumine ist sie hier schon da unten ja und da will ich den vorm holen dann mach du mal so ich mach doch mal ja jetzt kann mal gucken wo die andere Förderbandanlage ist keine ahnung irgendwo nein ich mach heute doch nicht mehr du machst heute doch nicht mehr ich kann den strommast nicht bauen lass mich raten beton ja das hätte ich aber auch sofort sagen können hier wo ich stehe wo ich dich rein mitmacht hm Moment so ja hier oben einfach genau und dann halt irgendwie weiter den kannst du ja theoretisch schon sehen weil ja ich hab halt mit dann mach das mal so guck du dass du mal den Anschluss mit dem Förderband herstellen kannst wir haben doch noch gar kein freies Förderband an wir haben doch noch gar kein freies Förderband an wir haben doch noch gar kein freies Förderband an das ist schon klar oder ok das bedeutet noch viel Arbeit ok so seht nicht Ok ich hab das vorher gewusst hätte ich ja ähm die ähm die die anders glaube ich das oder schütt mal sehen Ich brauche halt für alles Radbeton. Nein, 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 ich gehe jetzt mal in die Base zurück. So, der Bauer ist angeschlossen. Ja. Warte, wie lange diese Förderbettkette ist, ey. Ich glaube, das ist die längste Kette, die wir hier haben. Hm, scheiße, ja. So, dann sind wir gleich da hinten angekommen. Die hat doch fast runtergefallen, nicht schlug. Och man, warum fällt sie nicht? Was? Was? Habe ich was gesagt? Ähm, die drei. Und das kannst du mis Gerhardreci? Wenn du im Rock 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 im Rock. 評geriert? NO Tag im Rock im Rock im Rock. Wir haben ihreasse llevar faisand wird. ich komme hier ein bisschen langs, ja nicht durcheinander, aber es ist nervig, die ganze diese Fördermänder zu setzen. Weil die Kohle steht, ah ja, die Kohle steht ja, weil wir ja noch keinen Verbraucher haben, stimmt, da war ja was. Oh, der Borobot ja schon, ne? Scheiße. Ist okay. Keine Ahnung. Ja, nur ist total vergessen. So, du hast noch keine Fördermannage hier hingesetzt, ne? Ne, weil ich das so gar nicht geplant oder ich hab gar nicht dran gedacht, dass vom Doft Eisen kommt, ne? War alles gar nicht so ausgerichtet. Lass man jetzt mal alles noch mal ein bisschen erweitern, sagen. Bin schon dabei. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg. Hab mich jetzt mal voll gepumpt mit Beton, ne? Aber das funktioniert nicht mit Förderbändern, wenn ich die so quasi ineinander baue. So nebeneinander direkt? Ja, also eher schon ineinander. Wunderbar. 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 Ja. Wunderbar. Wunderbar. Komm. Du baust er schon mit. Wieиht es jetzt runter waren, kannst du still und anch stumble hast, als du runter du Platz bist. Bis an die Brücke ist das schon fertig gebaut oder wie? Das heißt, bis an der Brücke kannst du das dein Konzept bitte doch nicht anschließen. Das Förderbאני was da unten ankommt, kannst du direkt anschließen. beziehungsweise das ist ja noch ein Splitter hin oder würdest du das mal an ein Förderband anschließen? ne ne ne, hast schon recht eigentlich gefällt mir diese ganze Zufuhr hier für die Seite nicht so das kann man später noch nehmen brauchen die Produktion erstmal, oder? ja oh das könnte eng werden hier, das wird eng gucken ob das keine Probleme gibt die beiden sind zwar ineinander, aber anscheinend gibt es keine Probleme dabei na, mal gucken ob das irgendwie anders lösen kann das geht auf einmal nicht, ne? toll das geht angeblich auch nicht, dann machen wir das ganze mal so das geht, ok so, das haben wir auch soweit und hier muss dann einer noch ich glaube hier hin und das Parallelstück dazu muss dann obwohl der kann ja weg bleiben so, nochmal testen wenn ich hier gleich runtersegel, ne? ja diese Brücke hast du gebaut was soll mir jetzt sowas sagen? was soll mir jetzt sowas sagen? dass du sein schuld bist, wenn ich hier runtersegel ich bin nicht schuld, ne? aber sowas fahren du hast einen Vertrag am Anfang unterschrieben ja, genau, ach den Vertrag würde ich erstmal sehen ja komm komm bitte ich schicke ihn dir bewusst ach so, ja klar kommt in 5 Jahren das dann da ran ach, leck mich doch, jetzt kann ich hier nicht durch oh man äh Förderbahn nein da unten das auch das und die Seite nein lass runter da dran wo bist du gerade? ich hab das mit dem Splitter und sowas gebaut geht's hin? ja der Untergrund war halt kacke der Untergrund ist doch scheißegal nein ich konnte da nichts hinstellen, das meine ich damit ach so so wie soll ich hier der Boden zu stellen? willst du mich verarschen? hallo Förderwand ich krieg das Förderwand hier nicht dran, ne? jetzt ne Ahnung, irgendwie ist das Game jetzt bei mir zum ersten Mal so richtig verpackt so angeschlossen ah, da kommt ja schon runter das Material, ne? ach, hier ist es ja schon okay gut, dann können wir jetzt aber runter nach oben alles einbauen genau und die Maschinen jetzt, ne? ja hast du vielleicht so ne, so ne Sprungplatte dabei? ähm für wo ist es eigentlich da? ähm ich weiß nicht ob ich's bauen kann ah, kannst du? wir brauchen einen Sprung wir brauchen einen Sprung dafür naja, wir brauchen einen Sprung dafür äh, he he mal einmal der Masch ich hätte sie jetzt so verbunden geht das? nein, geht das natürlich nicht ähm brauchen wir noch irgendwie Sprung, ne? mhm den hätte ich so nach hinten muss er ganz weit hinten hinstellen nicht dann verbunden, ja, ne? ja, oh sechs Kabel, jetzt wird es langsam hängen ähm geht das mit der Verbindung dahinten? in dem Stromer oder nicht? geht ok so, mal gucken ob die Sprungplatte überhaupt ausreicht dafür ich bezweifle das was ist von der Höhe, weiß ich auch nicht ähm warum ist hier hoch? mach das nochmal ähm auf die Zwischenebene komme ich hi bist du? ich bin, äh ich weiß nicht wo du bist, warte ich bin irgendwo hier oben gelandet hm ja ja ich bin über dir geil ja, weiß ich nicht, ne? aua danke so, ähm warte warte, warte ich bin fast tot mach mal die ab, wo du gegenspringst ja, aber wenn ich dann nochmal gegenspringe, dann bin ich tot, ne? ja, du kannst das so von unten abbauen geht das geht das? ah ok die ist das ok dann warte hm 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 und die daneben ist dann die Dingsplatte oh das geht knapp, ne? ja so da kommt echt nur knapp hier drauf man kann das verfehlen, ne? auf der Höhe mach egal hm ähm ja, lass mal in die Base hin ja, Moment scheiße hast du noch Kabel? ja komm nochmal hoch und dann bau da mal auf der linken Platte nochmal eine Sprungplatte hin, nach oben welche? der linken der hier ja nein naja, ok so ist ok warte warte mal, ich teste das mal Strom, ne? ja klar ich würd's nur testen, ob das funktioniert steht die Platte? ja ups gut, da gab's kein kleines Problem nur ne kleine ok ok jetzt werden wir da rein kommen ähm ah, Strom geht bis hier ok reicht hier, hier oben hab schon Strom geht bis unten zur Brücke hab kein Kabel ok äh ist verbunden dann einmal testen ok hop 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 passt noch dein Leben auf, wenn du hier oben landest hm na gut, ähm das sei denn, wir machen hier nochmal ich hab ein Prozent Leben gefühlt, ne? ja gut, aber das würdest du nicht überleben jetzt aber ich kann nicht ja wiederbeleben ja, aber ich will erstmal in die Base wieder so, in die Fabrik so, in die Fabrik ja, wir wollen noch weiter bauen, ne? na klar, ich geh jetzt rüber weil, die Ressourcen stauen sich schon alle jo, ich muss Kabel holen ich hab die Wand übrigens bei uns geöffnet, weil ich so besser reinkam, ne? und später wieder zumachen, wenn alles läuft ja, ich mach mal so, ich mach 50 Kabel, das dürfte erstmal reichen also, erst einmal würd ich sagen ja, wir brauchen nicht mal keinen Schmelzofen, sondern wir brauchen jetzt einen Manufaktor oder? äh, genau brauchen wir dafür noch irgendwas Neues an Material? ja, warte mal, brauchen wir einen Manufaktor oder brauchen wir jetzt eine Gitarre? ist das eine Pistole? ja, die geht zum Top ich pisste auf die Gegner Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein äh, ja ach so, das so, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt ja, Tanzverbot ist am Start zauern komm die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Gänse ja, komm, komm, komm ähm glaub ich oh mein Gott gut ah gut ja